Warum laden die Heimatkundliche Vereinigung und das Bezirksamt Spandau hier jedes Jahr gemeinsam ein, und zwar mittlerweile seit 2010 an diesem Ort? Weil wir hier gemeinsam diese Spandauer Gedenkstätte, diese Spandauer Mauergedenkstätte, ja initiiert haben und auch umgesetzt haben. Es ist eine Koproduktion sozusagen der Heimatkundlichen Vereinigung von Herrn Bannerisch und des Bezirksamtes Spandau. Seit 2010 können wir deswegen auch hier an dem richtigen Ort, auch wenn es immer etwas laut ist, an dem richtigen Ort den Spandau und Opfer der Mauer gedenken. Und symbolisch dafür sehen Sie auch jetzt schon wieder hier auf dem Feld, die Rosen liegen auf den einzelnen Steinen, die immer jedem Maueropfer gewidmet sind. Das 13. August sagt heute nach aktuellen Befragungen nur noch jedem zweiten Deutschen etwas und jedem dritten der jüngeren Generation. Und das macht auch deutlich, wie wichtig es ist, diesen Tag und die Ereignisse nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Aber so ist es wohl mit allen geschichtsträchtigen Ereignissen, auch wenn sie vor der Haustür liegen. Am Morgen des 13. August begannen tausende, ich glaube etwa zehntausend damalige Volkspolizisten, Grenzpolizisten der DDR, verstärkt um Kampfgruppen und vielen anderen auch politischen Mitarbeitern mit dem DDR-Apparat mitten in Berlin das Pflaster aufzureißen, Betonpfähle reinzusetzen, Zäune zu ziehen. Und das Ganze fand dann natürlich in den Folgetagen seine immer perfektere Fortsetzung. In der Nacht vom 17. zum 18. August wurden dann auch schon die ersten Zäune durch Mauern ersetzt. Es wurden im Wesentlichen alle Durchlässe, U-Bahn, S-Bahn, Umsteigepunkte für die DDR-Seite geschlossen. Und das macht in seiner Dramatik dann auch deutlich, was so in einem funktionierenden Gemeinwesen, einer Großstadt und Umland in diesen Tagen dann stattfand. Die DDR hat es verstanden, in Anführungsstrichen, über viele Jahre der Nachfolgezeit nach 1961 dann diese Grenzanlagen zu perfektionieren, auszubauen, sozusagen eigentlich unüberwindlich zu gestalten. Zum fünften Mal gedenken wir an dieser Stelle der Opfer der innerdeutschen Grenze und der Berliner Mauer, insbesondere der Opfer an dem Spandauer Teilstück. Das Bezirksamt Spandau und die Heimatkundliche Vereinigung richten diese Veranstaltung seit 2010 gemeinsam aus. Sie ist mittlerweile aus dem Spandauer Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken. Mit ihrem Einsatz für eine aktive Gedenkkultur geht die Heimatkundliche Vereinigung Spandau über den Auftrag eines reinen Geschichtsvereins deutlich hinaus. Ihr Engagement an dieser Stelle hilft, diese Spandauer Traditionen nicht nur lebendig zu erhalten, sondern sie immer wieder quasi neu zu erfinden, an die aktuellen Umstände anzupassen, besondere Schwerpunkte zu setzen oder, wie in diesem Falle, neue Orte und Themen gleichsam zu erfinden. Für all das gebührt der Herrmann-Kundlichen Vereinigung unser gemeinsamer Dank. So wurde auch dieser Gedenkort, an dem wir uns heute befinden, Herr Röding hat es schon ausgeführt, vom Bezirksamt Spandau 2010 als neuer, wichtiger Beitrag zur kommunalen Gedenkkultur geschaffen. Wir befinden uns hier direkt auf der ehemaligen Grenzlinie, unweit des damaligen Grenzüberganges. Eines der Gebäude, die damals zur Grenzkontrollstelle gehörten, steht ja auch heute noch. Wir alle können glücklich und froh sein mit einer anderen Nutzung beispielgebend. Lassen Sie uns denken an alle, die über die innerdeutsche Grenze geflohen sind, vor allem an die, die bei dem Versuch ihr Leben verloren haben. Lassen Sie uns an die Familien denken, die von der Mauer auseinandergerissen wurden. Nicht nur rein räumlich, sondern auch seelisch und emotional. Fluchtversuche und Ausreiseanträge spalteten ganze Familien. Repressionen gegen das Umfeld eines Ausreisewilligen gehörten natürlich auch zum Repertoire der Unterdrückung. Wir Spandauerinnen und Spandauer stehen hier heute nicht allein. Unsere Nachbarn aus Brandenburg haben sich auf den Weg gemacht, um der Opfer der Berliner Mauer, die auch Spandau und das heutige Brandenburg voneinander getrennt hat, um der Opfer gemeinsam zu gedenken. Mit dem Zusammenbruch der ehemaligen DDR brach auch deren effektivster Unterdrückungsapparat, nämlich die Staatssicherheit, zusammen. Wir wissen, die Stasi war im Land omnipräsent und mehr oder weniger für alle Lebensbereiche zuständig, mit einem staatlich verordneten Misstrauen gegen alle Bürger. Den illegalen Grenzübertritt wollte die Stasi selbstverständlich, wenn möglich bereits im Frühstadium, verhindern. Hierfür gab es ein ausgeklügeltes Spitzelsystem mit mehr als 100.000 Menschen, Personen, die als inoffizielle Mitarbeiter tätig waren. Wir kennen für IMs noch ein anderes schönes Wort, Denunzianten. Die DDR als Staat reagierte auf Querdenker hart und ohne Mitgefühl. Der Mauerbau von 1961 war das Ergebnis einer großen Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der DDR-Politik. Gängelung, Unterdrückung und Unfreiheit ließen die Menschen in den anderen, freien Teil Deutschlands übersiedeln. Dieser Adalas sollte nun um jeden Preis verhindert werden. Vor der sogenannten Grenze entstanden tief angelegte, gestaffelte Sperrzonen, von denen sich die Bevölkerung fernzuhalten hatte. Nach der Doktrin der DDR, dem friedliebenden Land, eigentlich alles Maßnahmen, die sich gegen den äußeren Feind, gegen den Imperialismus wendeten. Die Realität sah aber anders aus. Die Mauer diente dazu, allen Bürgern deutlich vor Augen zu führen, was die DDR-Oberen von Freiheit hielten. Wer dagegen verstieß, lernte die Stasi persönlich kennen. Mehrjährige Haftstrafen waren nach einer Festnahme die Regeln. Und das alles unter dem Siegel einer sich selbst als humanistischen Friedenstaat bezeichnenden DDR. Diesem Grenzsystem sind über die Jahrzehnte Hunderte von Menschen auch hier an dieser Grenze in Spandau zum Opfer gefallen. Getötet, schwer verletzt. Ihrer zu gedenken sind wir heute hier zusammengekommen. An der Spandauer Grenze kamen acht Menschen zu Tode. Für diese acht Menschen, Herr Röding hat darauf hingewiesen, sind acht weiße Steine in diese Fläche eingelassen. Heute liegen darauf acht weiße Rosen zum Gedenken. Diese Gedenkstättenfläche symbolisiert eine eingerissene, gefallene Mauer, auf der wir heute stehen können. Diese Mauer wollten sieben Männer überwinden und kamen dabei ums Leben. Der achte Mann war ein Grenzsoldat. Wir gedenken Dieter Wohlfahrt, der im Alter von 20 Jahren erschossen wurde. Britische Militärpolizei war anwesend und wollte denen nur wenige Meter hinter der Grenzlinie liegend helfen. Sie wurden unter Androhung von Waffengewalt daran gehindert. Wir gedenken Peter Kreitlow, ebenfalls 20 Jahre, als er zu Tode kam. Wir gedenken Adolf Philipp, auch er erst 20 Jahre alt. Wir gedenken Willi Block, der mit 31 Jahren an der Grenze Finken-Kruger-Weg regelrecht hingerichtet wurde. Wir gedenken Helmut Klim. Er starb ebenfalls mit 31 Jahren. Er hatte sich lediglich in Falkenhöhe verfahren und war zu dicht an die innerdeutsche Grenze gelangt. Wir gedenken Klaus Schulze, der mit nur 18 Jahren erschossen wurde. Er wollte sich der sozialistischen Gesellschaft nicht anpassen und beschloss zu fliehen. Wir gedenken Dietmar Schwitzer, der ebenfalls mit jungen 18 Jahren erschossen wurde. Er wollte seinen Wehrdienst nicht im Stasi-Wach-Regiment wahrnehmen. Und wir gedenken Ulrich Steinhauer, der als Grenzsoldat von seinem geglückt fliehenden Kameraden erschossen wurde. Er hat den Oisteempieler, der war ein schwerer Verband vonjadiäbenen, er hat die Fliehende betreite gelangen. Untertitelung steht.